Wirklich? Leute, jetzt hier schaut, wir haben es geschafft. Ich habe es euch versprochen, wenn ich es schaffe, lade ich noch ein kurzes Video hoch. Da, wir haben es geschafft. Nur drei Minuten später, natürlich haben wir es geschafft. So, deshalb, wir haben abgeliefert und deshalb wäre es auch echt cool, wenn ihr dafür ein kleines Abonnement, kostenloses Abonnement da lasst. Und ein Like und weiter krass supportet. Und da freuen wir uns alle. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis. Ihr könnt ihm aber auch Geld schenken. Tja!